Ihr sollt einen Aufsatz schreiben. Es geht da um Spargel und Zebrastreifen. Nach der Klasse werde ich die Aufsätze sammeln. Tschüss! Es muss zur Toilette gehen. Ich habe Hunger. Ich auch. Ich habe mein Mittagessen vergessen. Ah! Er spricht! Wir sollten weggehen. Ich habe einfach nicht gegessen. Ich weiß nicht. Aber ich habe mein Auto. Hast du Thomas? Ja, natürlich. Lass uns fahren. Aber Derek ist nicht hier. Okay. Okay. Ich habe etwas. All right. Austin? Ah! Anna? Ja! Thomas? Hallo! 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 Na gewisse Nacht! Dag? �� Uhr zusammen. Wie war das? Ich habe nichts darauf geschrieben. Und dann? Wo gehen wir? Du willst sehen. Was? Wo sind Thomas und Austin? Wo sind wir? Wir sind in Montclair. Ich weiß nicht. Montclair? Wirklich? Was denn hier? Was? Ähm, Dan? Wo sind die Geld? Hier. Was? Nur 5 Dollar? Verbrecher! Wir müssen schnell gehen. Ähm, warum? Dan? 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 Was ist passiert? Hallo? Hallo. Also Dan, wo seid ihr denn gerade? Wir gehen. Kakaapaz. Ach so. Also Thomas, Sie sind am Kakaapaz. Ja, das geht ja. 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 Ja sicher, wir treffen euch da. Auf Wiedersehen. Also bis bald. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. So schön neu. Wir gehen. Na ja. Als ich Kind war, hatte eine Katze. Sie hieß Handschuhe. Sie war klein und nett. Und wir spielen Fußball zusammen. Sie war nicht gut, aber wenigstens konnte sie spielen auch Handschuhe. Wo bist du denn? Ich vermisse dich. Wo bist du denn? Ich vermisse dich. Was? 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 Dan? Come in. Uh. Du bist vor Pressure. Du musst sterben. Nein! 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 Austin! Wir müssen gehen! Okay. Wir müssen Dan finden. Ja! Ja! Wo ist denn der? Ich weiß nicht. Also, Marei, du sollst das aufhören. Wenn du so viel Essen isst, wirst du einen Kreislaufstandestell haben. Ich habe nicht so viel gegessen. Doch. Doch! Du hast McDonald's gegessen. Und Pfennlis. Pfennlis. Pfennlis auch, ja. So viel. So viel. Es ist... So viel Chips. Nein. Hätte ich wirklich so viel gegessen, dann würde ich sterben. Marei. Marei. Marei? Alles klar? Ist das dein Witz? Marei? Marei? Alles klar? Ja, du sollst das... Marei? 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 Nein, bitte nein! Nein, ich lasse dich nicht sterben! Puh. Das werde ich töten. Hau, hau. Ja. Etwas mehr? Alles klar? Bitte? Ach, also. Na ja, das geht. Ja, gerade. Also. Barbecue Chips. Oder... Ja, haben dich schon getestet. Ja, bitte. Wir sollen zurück zur Schule gehen. Ja, stimmt. Ja. Also. Und wo ist der? Keine Ahnung. Weiß nicht. Kommt der mit uns? Ja. Also. Dann! Dann! Was ist passiert? Dann! Dann! Ich bin... der schmutziger Dann. Ja! Ja! Dann! Ja! Ruhe! Ruhe! Okay! Äh... Fertig? Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte... Montag! 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 Und heute ist... Freitag! Freitag! Okay! Noch zwei Tage. Braucht ihr... Okay! Also! Okay! Dankeschön! Dankeschön! Herzlichen Dank! Tschüss! Ich liebe dich! Richtig auch! Oh! So süß! Tschüss! 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 Typische Tag in der Deutschklasse! Tschüss! 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 Vielen Dank. You find it if you find out you can Decide on the path to take it You find it if you find out you can Define all the ways to stay Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020